Hilfe vom Fruchtbarkeits-Dog! Wehren sich Justin Timberlake und Jessica Biel deshalb gegen das Baby-Outing? Haben Justin Timberlake und Jessica Biel jetzt endgültig genug? Die beiden verklagen aktuell ein britisches Magazin. Ist ihr erzwungenes Baby-Outing der Grund? Ein Vertrauter verrät der Presse nämlich, Jessica ist endlich schwanger. Frohe Botschaft im Hause Timberlake-Biel also. Aber die werdenden Eltern wollen selbst nichts dazu sagen. Warum, weiß der Insider. Im Moment genießen sie die frohe Botschaft für sich selbst. Justin und Jessica machen es also Ryan Gosling und Eva Mendes nach. Die halten auch alle Schwangerschaftsdetails bis nach der Geburt ihrer Tochter geheim. Aber der Sänger und seine Liebste haben noch ein besonderes Motiv, mit ihrer Freude hinter dem Berg zu halten und sogar gegen entsprechende Berichte vorzugehen. Die Schwangerschaft soll tatsächlich nur mit Hilfe eines Fruchtbarkeits-Dogs möglich gewesen sein. Sie versuchen seit einigen Monaten schwanger zu werden und sie hat Justin gesagt, dass er einen Fruchtbarkeitsexperten aufsuchen soll. Sie hat kein Problem damit, die neueste Technologie einzusetzen, wenn es ihr dabei hilft, ein Baby zu bekommen. Oh je, kein Wunder, dass Jessica und Justin da lieber alles ganz privat halten. Sie haben natürlich Angst, dass noch was schief geht. Alles, was sie wollen, ist ein glückliches Baby. Dann heißt es jetzt Daumen drücken, damit Justin und Jessica 2015 auch wirklich ein gesundes Baby im Arm halten können.